Hi Leute, heute starten wir ganz ganz entspannt und locker, indem wir wieder in dem schulterbreiten Stand sind und erstmal einfach die Arme um den Körper herumwirbeln lassen. Die Hände dürfen ruhig auf den Körper klatschen, dabei müssen sie aber nicht. Und dann gehen wir ein bisschen höher, dabei öffnen wir die Arme und dann drehen wir den hinteren Fuß immer leicht auf den Ballen rein, den Hacken raus, die vordere Hand nach oben, die hintere Hand auch nach oben. Wieder öffnen, andere Seite, öffnen, andere Seite, öffnen, andere Seite. Immer im Wechsel und dann wieder zurück zur Mitte und wieder höher. Das sind wir im Wechsel, viel Spaß und bis zur morgigen Übung.